Hallo, ich bin Lukas Scholze, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere Wirtschaftsingenieur in der Fachrichtung Elektrotechnik bei der Casper Geländefahrzeug AG. Also mein duales Studium läuft so ab, man ist immer im Betrieb und in der Praxisphase auf der Hochschule in Friedrichshafen und das sind drei Monatsblöcke, drei Monate im Betrieb und drei Monate auf der Hochschule. Und aktuell bin ich im letzten Semester im Betrieb und schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Mir gefällt in meinem Studium sehr, dass man einfach den Vergleich von Theorie und Praxis hat. Oft ist es so, man hat auf der Hochschule in der Vorlesung theoretisches Wissen und kommt dann in den Betrieb und ist dann eben in der Abteilung, wo dieses Wissen angewendet wird in der Praxis. Und dann bekommt man einfach einen ganz neuen Einblick auf das Wissen, das man davor auf der Hochschule erlernt hat. Bei Casper gefällt mir besonders die familiäre Atmosphäre im Unternehmen. Es ist kein sehr großes Unternehmen, man kennt sich, man geht familiär miteinander um und natürlich auch, dass ich eben einen Einblick in das gesamte Unternehmen bekomme und so in allen Bereichen einmal gearbeitet habe. Bis zum nächsten Mal. Absolut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.